Und AxiPaxi, was geht ab bei euch? Wir spielen heute wieder A Way Out weiter. Wir müssen euch leider gestehen, dass wir gestern ohne euch gespielt haben. Ohne unseren schönen Stream, ohne unsere tolle Community, ohne unseren tollen Chat. Es tut uns leid, aber... Ja, wir sind relativ weit gekommen, aber nützt nichts. Ich habe den Stream irgendwie nicht zum Laufen gekriegt. Ich habe das Spiel in OBS nicht reingekriegt, aus irgendeinem Grund. Hatte, glaube ich, was mit meinen Grafiktreibern zu tun. Ja, ist leider ein bisschen was verloren gegangen jetzt, aber ich glaube, darüber könnt ihr hinwegsehen. Nadine, willst du die Stream-Adresse im Steam haben oder nochmal per Wotzi? Per Wotzi, bitte. Per Wotzi. Okay, Leute, es geht sofort los. Ich starte schon mal das Spiel. Ich bin natürlich wieder Leo. Ich bin wieder der Opa. Wie heiße ich nochmal? Vinny. Vincent. Vinny, what up? So. Okay, Nadine. Ich glaube, du musst E drücken, du kleiner Sack. Entschuldigung. Du bist nicht bei der Seen. So, nochmal gucken, nochmal Eigenwerbe machen. Wer habe ich denn hier alles in meiner Steam-Liste, denen das interessiert? Ich schreibe in die Silvester-Gruppe Seenswerbe. Und die gucken bestimmt gleich und denke einfach nur, oh, what the fuck. Oh, what the fuck. Was machen die da? Ja, genau. So, wir sollen meine Familie suchen. So, endlich geht es los. Prime Time. Genau, richtig, André. So, dann wollen wir mal. Ja, genau. Wir sind jetzt in deinem komischen Trailerpark. Genau, und ich brauche meine Family, ne? Haben wir irgendwelche Anhaltspunkte, wo deine Familie sein könnte? Nee, gar nicht. Nee, du bist halt, du hast halt diesen Jungen, ne? Ich habe halt diesen Jungen. Guck mal, hier ist ein Spielplatz. Oh, wir können schaukeln. Willst du schaukeln? Nee. Doch nicht, wir können nicht schaukeln. Ich konnte es mir noch angucken. Na toll, es hat ja richtig gelohnt. Oder ich kann nur schaukeln, wenn du dabei bist. Das kann natürlich auch sein. Oh, sie schwingt mir der Keule. Ich bin schnell, ich gehe hier schnell wieder weg. Ja, schnack dir mal an. Moin, André, willkommen im Chat. Oh, ihm geht es nicht gut. Na, komm. Ich will es erfahren. Was ist passiert? Ich glaube, hier wird gebumst. Ich glaube, hier wird gebumst. Hier wird safe gebumst. Komm mal her. Komm mal her. Drück mal Kuh und komm mal her. Oh ja, ich höre es auch bei dir. Stell dir vor, das ist meine Frau. Wow. Da gehe ich rein. Ich nehme den Fleck. Kann man auch nicht reinlauern. Alter, da geht das richtig zur Sache. Oh, Erken, ich bin hier irgendwie. Da ist mein Sohn. Da ist dein Sohn. Hol ihn dir. Wo bist du denn? Ich bin hier durch die, durch diesen, da durch. Ja, ja, ich sehe dich. Da hinten durch. Gott, ich kann es kaum glauben. Ja, Arno, Facecam. Ich glaube, ich bin noch nicht so weit. Hilf mir. Danke. Oh, die Polen. Alle, die jetzt eingeschaltet haben. Wir sind aus dem Gefängnis ausgebrochen und werden gesucht. Das müssen wir auch vielleicht nochmal. Nein, Arno, ich kann dir leider nicht beibringen, wie man twirkt. Ja, ich bin mir klar, ich bin hier ein bisschen beschäftigt. Frau, dein Sohn ist aus der Präsenz. Stopp, mich zu Mann. Okay? Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Hör, wenn er versucht, dass er Kontakt mit dir macht, dann lass uns das wissen. Ja, sicher. Als ab. Goodbye. Goodbye. Wir haben zwei Zuschauer. Ich begrüße alle euch beiden. Euch alle beiden. Hallo, Freunde. Hallo. Hallo, Community. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr seid ein Teil der Community. Tschüss. Wuhu. So. Du nimm deine Perle mal in den Arm. Wir sind gut? Natürlich sind wir. Ja, das frage ich mich auch, Adrian. Ähm, geh mal davon aus, dass es irgendwie 60er, 70er Jahre ist. Oh, Stich ins Herz. Aber echt. Abhol. Das ist sein Son Alex. Ach, Leo. Hey, Lars ist auch dabei. What up? Heftig. Ja. Er sah es in den Papers. Oh, shit. Aber guck dir seinen Zinken an, Lars. Er sieht nicht aus wie Elvis. Vielleicht hat er einige Koteletten. Oder wie ich immer sage, Toiletten. Aber... Ja, das ist, äh, Vincent. Schön, dich zu treffen, Frau. Das ist Vinnie. Hey. Vincenzo, auch genannt. Ich muss dir sagen, was passiert ist. Ja, aber erstens, du musst mit Alex sprechen. Natürlich. Natürlich. Pass auf, du gehst, du gehst zu dem Sohn und ich knall deine Alte. Was sagst du dazu? Okay. Hier auf dem Moped. Hey, Puppe, komm her. Wir gehen hinten in den Trailer. Hey. So, ich gehe jetzt zu dem Beleidigkind. Thanks. So, äh, how long have you known, Leo? Leave me alone. Oh. Tschüss. Fällst du auf und raus? Ja. Äh, nie der Hand, natürlich. Na klar. Ja, Leo, was hast du gedacht? Du Opfer. Äh, du musst zum Dingshaus gehen. In der Zeit nehme ich deine Alte mit dem Trailer und knall sie da, okay? Okay. Ja, klar. Habe ich dir auch gerade angeboten, du Nase. Ach, ich regle das mal hier mit meinem Sohn, ne? Alles klar. Müsst hier mal in die Hand. Lass nicht locker. Ich glaube, äh, 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 Ado, ja, das ist die, die gerade geknallt wurde. Oh, Mann. So, Nadine. Ich helfe deine Alten hier gerade richtig. Das ist nett. Ich komme nicht ins Baumhaus. Ja, dir wurde die Leiter vor der Nase hochgezogen. Komm, reiß an. Oh, let's see. I think I'm gonna need a hammer. Oh, Mann. Jetzt soll ich hier sein scheiß Schild reparieren, oder was? Ich habe dafür keine Zeit. Ich glaube, ich soll jetzt hier einfach Gas geben. Langt jetzt auch. Okay, ich glaube, ich habe deiner Alten geholfen. Hast du den Mann umgebracht? Na. I love you, buddy. I love you so much. You wanna play some basketball? Sure. But you know, I'm better than you at basketball, right? No, you're not. Als ob die Bullen die nicht beschatten würden, oder? Die Frau? You wanna shoot some hoops? That could be fun, but maybe we should get going. Oh, come on. Just one game? Come on, Vincent. Okay, guys. One game. Get ready to lose, boy. I'm gonna win. Ah, you know I win. Ist es so, Lars. Musste weinen. Oh, Mensch. Oh, Lars hat eine Tränen-Smiley gemacht. Oh, we're ready. Let's go. Okay. Äh. Geh her. Geh her. Ich... Nehm mal einen Dreier. Was zum. Wo bist du denn? Here. Oh. Ei. Geschafft. Wir lassen den Jungen nicht mitspielen, okay? Okay. Nein, ich will ihn foulen. Hör auf. Er ist ein kleiner Sun. Sun hat... Ich werde dir niemals den Ball geben, du scheiß Viech. Sünde. Nice. Lass mich in Ruhe, du Arsch. Ja, hier, du Kleiner. Oh, danke. Du glaubst doch wohl, dass ich deinen Gehörnchen gebe. Wuhu. Did you see that? Na los, Kleiner. Super. Und jetzt. Ich decke ihn. Ich decke ihn weg. Ich decke ihn weg. Aber er ist stärker als ich. Ich decke ihn weg. Wie werf ich denn in den Korb? Leertaste. Okay, wie... Hier. Jetzt wollte ich deinem... Deinem Kind das mal geben. Alter. Hier, Kleiner. Ja, es ist ein kleiner. Oh Gott, ist das romantisch. Oh Gott, ja. Wir haben dafür keine Zeit. Oh, ich glaube, der Trailer ruft. Wie er läuft, ey. Als wäre der richtige Geier. Wir kommen gerade aus dem Knast. Was meinst du, was er hat? Wie stehe ich da? Warum stehe ich da so? Ja, ich weiß. Ich bin einfach glücklich, dass er wieder schreit. Er kann jetzt ab. Ja, ich bin zu. Komm, wir sprechen. So. So. Ist das jetzt dein Haus? Nicht lange. Wenn die Kampen uns gefunden haben, dann könnte Harvey auch. Wir müssen gehen. Du weißt, was? Lass uns einfach gehen. Lass uns raus. Und du denkst wirklich, Harvey, uns allein zu lassen? Das murderinger Böse. Wo ist der Böse dahin? Wie kann ich ihm in die Höhe vertrauen? Es ist, was es ist. Es ist, was es ist. Ich kümmere mich hier um dein Kind, während du da deine Alter wegknallst, oder was? Ja. Das wäre so witzig. Ja. Don't just yeah me, okay? Okay, I promise. Don't just yeah me. By the way, do you still have that? Wir haben vier Zuschauer. Leute, willkommen in der Community. Willkommen im Chat. Willkommen, willkommen, willkommen. Hier geht's ab. Vier Zuschauer. Neuer Highscore. Es geht ab. Vielleicht flank ich gleich mal eine alte Welt, Leute. Bleibt dran. Sie holt da schon eine Knarre raus. Na los, jetzt wenigstens mal ein bisschen rummachen. Mal kurz mal den Hintern fassen. Oh, siehst du? Ich fasse es nicht. Pack deinen Revolver aus. Look, I have to leave now. Do you? Yeah, I do. But you take care of your mom now, alright? Can we play one more game? Nein. Man nervt doch nicht so gut, Krokodil. Habe eine geile Shorts an. Die würde dir auch gut stehen. Das ist so. Dir diese dumme Mom-Jeans von der Mutter. Ja. Die sieht echt ein bisschen aus wie du. Wie ich? Ich würde so gerne wieder eine Schlägerei haben. Ja, ich auch. Das war am witzigsten. Okay. Wir sind an der Construction-Zeit. Wir sind mit dem Bus hingefahren. Also, offiziell mit dem Bus fahren. Ja. Ja, vielleicht können wir den auch foltern oder so. Da kommst du jetzt wieder raus, ne? Äh, bluffen, drohen. Äh, was sagst du? Lass uns ihn mit drohen. Ja, oder? Oh, Erki, wir sind uns schon wieder einig. Wir sollen ein Heirat. Hahaha. Ich bin schon wieder sehr sauer. Oh, Larry ist so tiny. Hammerheiser, der Typ. Hoffentlich, hoffentlich haben wir eine Massenschlägerei wieder. Das ist am geilsten gewesen. Also, wenn er der Chef ist, dann ist er bestimmt irgendwo drinne. Geh erst mal. Geh erst mal kack. Mach das. Ich komm, Alter. Kann man rummachen? Schön, die Dixie-Kloromantik. Okay. Ich verstehe, der hat mich nicht verstanden. Okay, das ist so... Ah, okay, andere. Wir werden jetzt hier meinem Chef die Fresse... Ey, mein Chef, sei schon. Hier werden die Fresse polieren, Arne. Da oben sind zwei, aber das werden die ja nicht sein. Wir müssen vielleicht hier rüber. Das sieht verdammt danach aus, ja. Da ist auch jemand. Hey, skid up. Ah, da ist auch jemand. Den fragen wir. Hey, hör auf zu kloppen. Hey, what? I can't hear you. I'm looking for your boss. My what? Hau ihm eine. Kannst du das abschauen? Wo ist dein Chef? Ich mach natürlich, äh... I wanna talk to you. Can you turn that off? I can't hear you. Boah. Turn it off. I still can't hear you. Aua. What's up with you? Is this an ad? Killing me. I have to quit this job before I end up a cripple. I see you have a walkie-talkie. That's right. That's right. I got my walkie-talkie. Ui Arm drücken Ich werde, wir kommen noch in die Schlägerei wegen dir Die meisten erst mal Arm drücken mit so einem Motherfucker Los, Ergen, komm Mach dich fertig Alter Sack Ich mach dich fertig, Erki, es ist ja wohl klar Nein Nein Ich geb so heftig Ja Okay Toll, wo ist Ryan? Ray? Wer ist er? Wir treten Ah, wir können hier hochfahren Oder sollen wir ihn erst tragen? Nee, komm, wir gehen hier rein Kannst du hier reinkommen? Ich halte dir die Tür auf Ich hab abgebrochen Ach zu, die Luki Und hoch Hoch, 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 hoch Was ist das? Was in die Hölle schaue ich mich an? Dipschick, kannst du das erklären? Ja, es sieht aus, dass du es gesagt hast Es sind zwei hier Ich habe dir gesagt, es sollte vier Nein, 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 nein Nein, 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 nein Was, bist du ein Kind von dumm? Ich denke, du bist ein Idiot Du bist ein Idiot Nein, nein Das ist der Typ Ja, ich sehe Ich gehe links, zu rechts Ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn Ich sehe ihn weiter Ich muss da gleich springen Ich sehe ihn auch Weiter, 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 weiter Ich fahre jetzt runter Klettert er hoch? Ja Oh, was war das denn, der Ex? Erki, was machst du denn da? Ey, das kann das nicht mehr mit meinen alten Knochen Ah, da ist er Fuck Jump Wow, Nadine, du hast alles gefunden Ich glaube, du musst mir helfen Ich glaube, du bist Ich weiß nicht, wer du bist Ja, da musst du dich abhauen Oh, ja Oh, ja Leo, he cut me off He's on your side Sorry I see you Sorry Jack, Jack, Jack Oh, Mann Ich habe ihn fast Oh, mein Pissar Du lässt dich auch auffeiern Wo ist er denn jetzt wieder? Er ist in dem Fahrstuhl, der unter mir ist Er ist in dem rechten Fahrstuhl Ich bin auf dem Fahrstuhl drauf Er ist raus Du kommst jetzt rechts Hörst du mich nach? Ja, klar Das denke ich auch Das Casino Royale-Intro war aber auch ziemlich gut So, irgendwo hier muss er sein Die dürfen halt ihn nur nicht hier irgendwie wieder zu den Fahrstuhl kommen lassen Hier komm ich nicht Gruselig Hier geht's abwärts Leute Hier geht's abwärts Und los Ach, wo ist er denn, ey Ist doch ein Scherz Oh, oh Guck mal, da sitzen die Jungs Auf dem Ding Wie auf der Zeichnung Oh ja Wie auf dem Puzzle Auf dem Puzzle Ich glaube, ich habe ihn Hä, wo bist du denn? Ach, da Fährt ist er auf Toilette? Hey Da sitzt noch Aber ja, Hauptsache er hat die Hose noch oben Hauptsache überall steht Bier rum Irgendwo ist er doch Ist er hier drin? Da steht auch wieder Bier drin Oh, ich habe ihn, ich habe ihn Oh, no, no, no Komm, nein Oh, Mann Wo bist du? Hier Hinten irgendwo Ich kann die Tür ohne dich nicht öffnen Äh Ja, da bin ich rein, genau Und da stehe ich Eins Zwei Drei Good job Da oben Okay, pass auf Einer muss an den Kran ran Wo zufälligerweise Auf genau dieser Handgriff ist Lass das Ding runter, bitte Ah Warte, fertig Äh Kommt, Jan Weiter komme ich nicht runter Ach doch, du standst im Weg Ach, ich will mich da raufstellen Und los Get it moving Das ist ein richtig guter Kranfahrer Ah, ne? Ey, Lars, das ist tatsächlich Voll Casino Royale Check das aus Mit dem Kran Er ist hundertprozentig beim Kran lang Oh, mit der Axt Tipp, 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 tipp Oh, yeah, ich habe ihn gehaust Juhu, das ist schnell rein He's headed for the Kran, cut him off Okay He's headed for the Kran, cut him off Oh, crap Oh, was ist jetzt los? Oh, Gott Ich bin irgendwie ohne Riffel Was soll ich denn jetzt? Ist, äh, ich muss den Kran starten Äh Ich fahre ihn links rüber, dass er nicht weg kann Warum denn rechts rum? Warum denn rechts? Dummkopp Ich bin auf jeden Fall hier rechts Ich bin so langsam Bin der langsamste Opa der Welt Ist natürlich die Frage Wo er jetzt runterspringt, ne? Ja, er kann doch jetzt einfach da bei dem Drainage-Rohr langrennen Okay, macht er nicht Ja, du hast ihn Hau ihn, hau ihn, hau ihn, hau ihn, hau ihn Nice Schlag ihn Ja, ich bin leider der langsamste Opa der Welt Es tut mir leid Nein Nein Halt dich fest Halt dich fest Halt dich fest Ich bin so langsam So, jetzt komm ich Jetzt komm ich, du Opa Ja, jetzt wo die Action vorbei ist Ach du Scheiße Warum ist das so? Jetzt ist es so von oben Ist das eklig Mir wird schlecht Hä, ich verstehe die Steuerung nicht Ist das dumm Das war mal geil Oh Gott, ich bin dagegen gelaufen Oh, das ist ganz schwierig für mich Jetzt bin ich der Opa, aber sowas von Los, Eki, du schaffst es Irgendwas hat er da Komm, schneid ihn den Weg ab Das ist aber fies gewesen Los Wo rennst du hin? Fuck, klapp dich Oh, Leute, ey Das glaub ich auch, Lars Sie ist ein Hacksrohr Was bin ich? Du bist ein Cheater Weil du immer so schnell drücken kannst Ja, ich bin einfach Good girl Ja, weil du so schnell wächst immer Da glüht jeder Stab weg Da glüht jeder Stab weg Oh, look at this Whoa A gun I wonder what you could do with this If you could stick it up your ass You know what Let's put it here for now Hey, Vincent I don't know about you But I see a lot of different things here That could make this guy talk What do you say Guys, come on I've got a few ideas Yeah, me too Let's see if you'll talk or not Geil, jetzt können wir ihn eigenständig verkloppen, was? Eine Lampe Droh und schlagen Ich schlag ihn natürlich gleich erstmal Okay Was soll ich hier mit dieser Lampe machen? Ihn anleuchten oder was? Damit ein Zimmer praten Oh 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 Okay, du hast ein Brecheisen Oh, ich poliere ihm jetzt wieder die Fresse Oh, you better start talking I can't breathe Wieso liegt hier Ah Ich werde ihn mit seiner Familie bedrohen Nice wallet Cute kids That's entirely up to you Don't you fucking touch them They have nothing to do with this Then start talking Okay, ich glaube wir müssen alles ausprobieren Ich tage ihn jetzt die Beine kaputt Aua Aua Alright guys Alright Alright, you win I'll tell you what you want Yeah Start talking then Alright, alright Calm down, man Calm down Somewhere in Mexico I don't know where exactly But he's in Mexico It's got a big mansion there It's the truth I swear So that's where the rat is hiding, huh? Yeah That's where he is Don't tell him I told you You don't tell me what you do Alright, alright Calm down See you later Hey Let's go Guys Yeah Where you going Don't leave me here You're crazy I'm tired Die Knarre, du Idiot Ah, shit Das glaube ich jetzt ja wohl nicht Also das kann ich ja wohl jetzt nicht glauben, oder was? Der lässt die Knarre da liegen bei ihm Das ist einfach nur peinlich Aber gut Hä? Hä? Filmfehler Er hat die längsten Arme der Welt Das muss mal Papa machen Bitte nicht Bitte, du Auto fahren Tschüssi, schön dass du da warst Oh ne, ich muss doch hier nicht fahren, oder? Ich hoffe nicht Hä? Hey, vier Zuschauer wieder am Start Neue Bestzeit Äh, Bestwert Wup, wup Hier Leute auf einmal Was geht ab? Haut mal ne einzelne Chat Ich muss doch immer lachen, wenn du das sagst Warum? Weil ich das witzig bin Ja, hau mal ne einzelne Chat, Leute Worüber Ja, Janine Jean Ja, Mann. Was sagst du? Warte, wir entscheiden bei 3, 2, 1. Oh, wow. Geh her. Geh her. Let's go. Lass uns das durchziehen. Das Auto fährt weg hoffentlich. Oh, den Truck hätte ich gerne. Na ja. Was ist mit dir? Ja. Hey, what are you up to? What does it look like, man? I need gas. Wo ist das Problem? Ich gebe dir einen guten Rat. Ja, gib ihm mal den Rat. Was ist das Problem? Das Problem ist dieses verdammte Land. Es war so großartig. Aber jetzt hat es alles zerbaut. Warum ist das? Oh, so ein Wichser. Ich knall den ab. Oh. Oh, Mutti. Ja. Just looking, Rem. Go ahead, look around. Why are you looking at me? Hey. Hau mal ab. Ich musste den überfahren. Äh. Ja, warte. Ich muss erstmal mit ihr reden. Ich hab ihr erstmal gesagt, dass sie hübsch ist. Thanks. Kannst du weggehen? Too bad, I'm married though. Ja, ich will es aber zu Ende bringen hier. Hm? Ist sonst unhöflich. Sie fühlt sich von dir belästigt. Sie fühlt sich von dir belästigt. Sie ist nun jetzt gar nicht. Gar nicht. Can I help you with something? Start robbery. Hey ma'am. I don't want to use this gun. So please open the register for me. You're wasting your time. There's barely any money in there. Let me be the judge of that. Let me be the judge of that. In der Szenerie rum. Here, look. There's a safe in the back, isn't there? No, there isn't. Right. Hands up, ma'am. Everybody stay calm. We don't want to hurt anybody. Leo. Let's do the final. There's a safe in the back. We should check it out. Extremely ended. Hefty. She's out of here. Get over here, man. Let him go. You fucking piece of shit. You okay? Yeah, yeah, I'm fine. Let's go. Hold it safe. Du bleibst hier. Give me the gun. Don't move. Code finns safe besorgt. You know what? I'm getting out of here. I'm just gonna go. Ah, 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 ah. Scheiße. Wo krieg ich wohl den Code her? Von dem da hinten wahrscheinlich. Wo ist der andere Typ? Ist rausgerannt. We need combinations. We need combinations. I don't have it. I don't want to hurt you. But I will. Just give me the combination. Ist der irgendwie eine... Jetzt ist hier dein komischer. Dein komischer. Okay, relax. 1, 3, 7. 1, 3, 7. 1, 3, 7. 1, 3, 7. 1, 3, 7. Wie mach ich das denn? 3, 7. Hat geklappt. Alarm. Irgendjemand hat den Alarm ausgelöst. Entkomme. Raus, 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 raus. Jesus, raus, raus. Und jetzt geht's los. Oh, dieser Wichser, ich wusste. Ich wusste. Aber der Cadillac, da. Hau ab hier! Ah, das ist gut. Wir laufen. Oh no, wir haben nur noch zwei Zuschauer. Sad face. Da ist ja ein trauriges Gesicht. Ich bin auf jeden Fall auch einer. Ja? Ja. Okay, Leute, da muss ich ja mal hier ein trauriges Gesicht in den Chat machen. Da, hier, kommen Tränen, kommen Tränen in den Chat, nur weil es so wenig sind. Ich bin auch enttäuscht, dass unsere Freunde nicht hier sind. Ja, dass sie wenigstens mal, dass sie wenigstens mal einmal reinschauen. Ja, das denke ich auch. Die interessieren sich überhaupt nicht für unsere Hobbys. Die interessieren sich im Scheiß. Echt. Für unseren Lamborghini. Wir wären professionelle Zocker. Und die? Was machen die? Polizisten. Dass ich nicht lache. Hi, Baby. Vincenzo. Vincenzo. Oh, hello, Vincent. How nice to meet you. Ah. You're a fucking idiot. What? Why don't you bring your whole family next time? I'm out. Hey, what's wrong with you? What's wrong with me? What the fuck is wrong with you? You think I'm vending ice cream here? Listen, I told you, I don't do business with strangers. And this guy, he looks like a stranger to me. Do you have a problem with me? Yeah, I got a problem with you. You have a problem with me? Oh, 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 oh. Leo geht dazwischen. Ich sag das. Was heißt intervene? Äh, also rechts steht, Leo geht dazwischen und Vincent äh, regeln lassen. Okay, let's just get those guns and we'll be out of here in no time. Okay. Jasmine, hä? Die Zuckerpuppe. Oh, wir nehmen die M16. Oder die MP5. Aha, ich hab vorgedrängelt. Ich nehme die, glaub ich. Die MP5? Super. Gute Wahl. Ich bin Oldschool und ich nehme die Vietnamwaffe. Ich glaube, ich nehme die Schrotflinte. Kannst du das machen? Ich wollte nur mal kurz, äh, man... Ich nehme die Schrotflinte. Good old pump action. Good old pump action. Let's go. Komm mal, Alter, was ich jetzt für eine gute Rolle kann. Ach du, ich zeig dir mal was. Wooo. Try shooting at those empty houses. Geil, jetzt sind die Ballert, Erki. Ich laufe jetzt nicht mehr. Ich rolle. Haha. Ich rolle in den Weg entlang. Wie machst du das denn? Guck dir das an. Auf Leertaste. Wupp. Wupp. Leave when ready. Lass wieder abhauen. Ich will die Knarre behalten. Wupp. Willst du eine andere? Wupp. Ich guck mal, was es da noch gab. Aber ich finde die, glaub ich, ganz gut. Nee, das sind alles so dicke Dinger. Will ich nicht. Geh mal aus dem Back. Ja, hab ich. Go to pump action. Oh, drei Zuschauer wieder. Leute, was geht ab? Wir haben einen dazugekriegt. Leute, Leute. Schön, dass du dabei bist. Wer ist da? Wer ist da? Wer ist da? Hallo, hallo. Man darf nicht zugucken, wenn man sich nicht zeigt. Leute. Ja, da darf man das. Leute, natürlich. Nein. Hier gibt es auch Regeln, Erki. Und die stelle ich auf. Verstehst du das nicht? Ich finde, du hältst jetzt mal deinen Schnabel. Mhm. Und die stelle ich auf. Schließt das nicht, wenn du hältst jetzt mal deinen Schnabel. Oh, jetzt habe ich mich damit gehört. Ja, ich habe gerade den Stream auf dem Handy an. Weil ich kann hier nicht sehen, wer da drinne ist. Leute, hau mal ne Eins in Chat. Eins in Chat. Wenke hat mir heute erst mal erklärt, was das heißt. Na, was heißt das denn? Ich glaube, Wenke wusste das auch vor mir. Oh, oh. Sie verpetzt uns. Wöhnst du? Klar. Oder sie warnt ihn ein Heini. Harvey? Es ist Harvey. Wöhnst du? Ja, aber es wird mir kostenlos. Es ist nicht sicher, aber es wird mir kostenlos. Keine Wöhnst du? Es ist einfach, wo er liegt. Ich habe ihn. Du hast ihn. Gut gemacht. Ich erzähle dich mit dir später. leute jetzt wird's spannend haltet euch fest leute bleibt dran bleibt dran bleibt dran ich hab nur ein follower was geht ab sie ist immer noch schwanger sie hat noch nicht geworfen inzwischenzeit sie hat zum glück noch nicht geworfen jetzt wirft sie jetzt wirft sie es auf den baden jetzt die wasserblase die wasserblase fruchtblase du kennst dich auch aus du hast doch schon 13 kinder gekriegt es war jedes mal wieder schön ich hab ja die jerks folge gesehen ich konnte mir das wieder nicht angucken ich musste wieder weg gucken ich hab immer noch nicht weiter geguckt ja ich auch wir sind die beiden hat andere uns verlassen ich weiß nicht andere müssen noch am start das wäre richtig traurig es kann auch sein dass meine anzeige falsch ist das glaube ich ja gehen die telefonzelle du dussel hast du kohle ich frage hier den penner Other side Two Jesus-man you're mess what do you want man just leave me alone hello can i help you with something yeah I need some change to make a phone call sorry but you let anything buy talking first all right what do you recommend André ist noch da. Er schreibt immer 111 in den Chat. Hast du Geld? Klar, ich hab mir ne Schachtel Zigaretten gekauft. Ach, seit wann rauchen wir denn? Er geht. Du weißt, dass Rauchen cool ist. Ja, und er ruft jetzt seine schwangere Frau an, die gerade geplatzt ist. Aua. Ja, deine Frau kennt ihn, du Ossi. Wann? Ach. Wo ist sie? Okay. Okay, okay. Danke. Weil es ist, dass ich ein bisschen schade finde, dass wir nicht mehr im Knast sind. Ich fand das ganz geil da. Ja, aber irgendwie witzig, ne? Ja, ich war. Aber ich muss gehen. Was? Was sagst du, bist du okay? Ich bin okay. Aber ich muss nach woanders sein. Hey, du kannst nicht einfach weg. Ich bin nicht weg. Aber etwas passiert und ich muss da sein. Okay? Vincent. Oh, oh. Das ist ein Killer. Das sehe ich an den Handschuhen. Das ist ein eindeutiger Killer. Ich habe auch noch einen Schali drauf. Ach, dude. Es ist ein Schösser Schieb das da rüber. Ja. Wie ich da runtergegangen bin, ne? Kannst du dich bitte beeilen? Er tritt die Tür ein. Ach, er ist ne Müse. So, schieb mich zurück. Schieb, schieb. Als ob er die Tür eintreten könnte. Oh, jetzt wird's natürlich spannend. Oh oh, er hat ne Axt. Er hat am meisten Schuss in der Knochen. Er schießt auch einfach los, ey. Aua. Alter, wie viel Magazine hat er denn da? Tja. Ist das dumm. We can't control the next one from here. Get behind it. Ah, lauf. Okay. Das ist schon wie in so einem Film gemacht gerade, ne? Mmh. Schon gut. Ahahaha. Aber war geil. Was heißt Ambush? Überwältigen. Leo. Ah, ich komme doch schon. Uah. Oh Gott. Die Anfänger. Scheiße. 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 Bring ihn um. Oh, wir haben ihn gekillt. Ja. Wir sind ein Mörder. Ich habe mir erst mal den Schweiß von der Stirn gewischt. Haha. Look. Ich weiß nicht, was passiert mit dir. Aber wir müssen zu Ende des, was wir begonnen haben. Harvey wird immer wieder zu senden Leute wie das. Ja. Ich weiß. Ja. Ja? Und warum wirst du wieder weg? Ja. Du wirst, du wirst, du wirst, du wirst, du wirst, du wirst. Das ist meine Frau. Sie ist in der Krankenhäuser. Sie ist in der Krankenhäuser. Sie ist in der Krankenhäuser. Was ist der Problem? Wir haben nur ein Baby. Das ist großartig. Herzlichen Dank, Mann. Ja, das ist großartig. Warum auch? Er ist auf der Flacht. Ich bin froh. Ich bin froh. Es ist einfach... Es ist wirklich kompliziert zwischen mir und meine Frau. Ich bin froh. Es ist kompliziert oder nicht. Du musst nachgesehen, einen Kind. Was ist passiert, zwischen dir und ich, auch. Es ist noch ein Kind. Ich weiß. Du bist richtig. Natürlich bin ich. Du wirst, ich bin. Du wirst, ich bin. Ja. Du hast uns den Flugzeug, nicht wahr? Ich bin. Da geht's was wir tun. Wir gehen zum Krankenhäuser. Du wirst einen Kind sehen. And then we go get that plane. You with me? Yeah. I'm with you. Vincent, I need to trust you on this one. You can trust me. You can trust me! Let's go. Was glaubst du, verstreiten wir uns noch am Ende? Wer wir, ach die, ähm, ich dachte, du meinst wir beide. Äh, naja, na. Wer sind die allerbesten Freunde im Nachhinein, auf der Welt? Glaub ich. Greis Zuschauer, wer ist da, wer ist da? Macht eine Meldung, Leute. Nicht immer nur gucken, auch was sagen, Leute. Let's talk. Let's talk. Bin ich gut, Effi? Hammer, andere haupte eine 111-Milchiff. Vier Zuschauer. Vier Zuschauer. Vier Zuschauer. Vier Zuschauer. Wir sind am Stamm. Was geht ab, ihr Zuschauer? Ah, wuh, wuh, wuh. Zuschauer. Leute, Leute. Meld euch, melde euch. Was geht ab? Was soll die Leute nicht darum, darum zwingen, was in den Chat zu schreiben? Oh, jetzt sind's auch wieder nur noch drei. Sag mal so, das hast du mir gelernt. Ja. Sollen wir die Schiene weiterfahren? Ja, find ich schon ganz gut. Man muss die auch mal animieren, ne, die Leute. Ja. Oh, jetzt hab ich ein Ohrwurm. Du. Ich frag mich auch, wer das Flugzeug fliegt. Ich glaub, das ist auch noch so ne, so ein... Ein Kumpel. Ein Plottwist könnte das sein. So, up to my baby. Ne, to deinem baby. Let's go. Davutari. Die Elevator. Okay. Ähm, wo ist denn da? Keine Stufel oder so. Hier, nein. Äh, wo ist denn hier die Elevator? Hier ist die Elevator. Die Elevator. Ach, du hast den schon geholt. Okay. Wait. Ähm, wir haben uns schon fast eingeschissen, wa? Haha. Er sieht aus wie mein Vater früher. Ja? Ja, er hatte auch so'n Schnauzer. You guys seem familiar. Have I seen you before? Nah, I don't think so. Hm. Okay. Whatever. Haha. Er wollte ihm direkt eine dreschen. But your faces are so familiar. I'm sure I've seen you somewhere. Knock him out. K.O. schlagen. Yo. Let's go. Hey. Ja? Haha. Direkt auf dem Mund. See? Problem solved. Ah. You need help, man. Ich find's gut, wir haben uns beide dafür entschieden. Ich find's gut. So. Kerl. You excited to see your baby? You're excited to see your baby? I was nervous. I was nervous. I was nervous too, but don't worry. You'll be fine. Thank you. Da hinten ist auf jeden Fall eine Frau, eine Krankenschwester oder so, ne. Okay, halt mal, aber du hilfst nicht, was er? Er geht. Aber wie lange du balancieren kannst, zählst du diese Kunden? Können wir jetzt bitte deine Frau suchen, du Affe? Ich frage jetzt hier die Sekretäre. Ich frage mich. Das ist die maternität, richtig? Ja, das ist hier. Bist du der Vater? Nein, ich bin nicht. Ich bin der Vater. Ich kriege ihn. Vincent, hier. Kannst du dich bitte nicht so zwischen uns drängen? Ich will zuerst sein Baby sehen. Hey, was? Ja, natürlich komme ich mit. Wirklich keine Frage. Danke. Danke. Oh Gott, wie toll. Oh Mann, die ist aber streng. Vincent. Was machst du hier? Sie ist meine Frau, auch. Ich habe das nicht. Sie ist mein neue Junge. Es ist mein neues Kind. Es ist schön, dass du dich treffen, Mann. Ja, ähm, baby girl, huh? Ähm, ich lasse euch alleine. Ich werde nach außen. Ja. Und, äh, congrats, by the way. Danke. Kann ich sie holen? Okay. Perfect. What the? Come on, you piece of shit. Work, work! Ah, goddammit. Ich habe ein Baby in der Hand. Aww. Das ist so schön. Glückwunsch, Erki. Danke. She's so beautiful. She is. You know, I miss you. Vincent, please. Die Augen sind gruselig. Du kriegst mir die Augen an. Ey, André, das ist ein wunderhäbsches Baby. Ich weiß gar nicht, warum du sagst, es ist häbsches. Das ist mein Baby, okay? Ich finde das super süßes Baby. Das ist das schönste Baby. Habe ich euch verlauscht? Der prügelt sich noch mit dem Cola-Automaten. Oh nein, er ist kein Heslon. Sie ist kein Heslon. Oh, oh. Oh, oh. Die Spannung steigt. Oh, Gott. Ja, Hauerei! Komm, komm, komm! Let's go! Oh man, ich renn einfach mal weg. Man, kann sie mal... Kann sie mal normal sein? Echt, ey. Wieso rennst du hoch? Das ist voll fies. Warum rennt er hoch? Weil du Don bist! Du bist Don! Du bist ganz schön Don! Renn, 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 renn! Hau ihr einen rein! Nein! Ich dachte, du wolltest dich echt umhauen. Fuck! Oh, nice Tackle! Ich mach ihn fertig! Ich glaube! Aufgeregt! Ah, du bist... Hey, yo! Ah! Er wieder! Nee, er hat keinen Schnurrbart mehr. Los! Ahaha! Los! Und links! Und links! Und links! Und links! Schmeiß ihn runter! Schmeiß ihn runter! Ich spring! Yeah! Ich springe! Oh, fuck! Oh, ich glaube wir werden eingebuchtet. Das ist gut gemacht! Wir kommen hier nicht mehr raus. Wir kommen hier nicht mehr raus. Das ist mir zu aufregend. Oh, scheiße! Versperrt! Tippe, 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 tippe! Oh, Gott! Was soll ich denn jetzt machen? Ich bin hier gegenüber! Ich kann nicht... Oh, Gott! Diese Lenkung ist gerade wieder so dumm! Warum? Warum?! Es sollte das! Ach, du Scheiße! Durch den OP! Lauf! Da bist du wieder! Ja! Was ist das für eine komische... Ey! Los, fack Tommy! Alter, ich bin ein Tier! Du richtig der Kämpfer! Du willst kämpfen? Let's fight! Oh! Scheiße! Der Kamera war doch angeflitzt, du! Mann, Mann, Mann! Easy! Easy! Warte, jetzt! Oh! Oh, mit Sprung! Alter, ist das heftig! Nein! Weißt du, du darfst die Leute verkloppen? Was darf ich machen? Du versteckst dich! Feigling! Oh, oh! Nein! Scheiße! Ja! Der Frau auch, natürlich! Im Ernst? Ja! Alter, was ist hier los? Da komm ich wieder raus! Falsche Richtung! Du musst mal zu mir kommen, du Dussel! Da, Fenster! Oh, shit! Lauf! Lauf! Oh, Gott! Lauf! 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 Wut da! Lauf! Oh, shit! Oh, shit! Ich kann schießen. Was soll ich denn jetzt? Wohin soll ich denn? Oh Gott. Nach vorne? Kann ich nicht. Ich hätte rückwärts laufen müssen, ja. Toll, Nadine. Toll. Ah, komm, wieder an. So, rückwärts. Rückwärts. Come close here and I'll shoot him. Put the gun down now. Hush. He's back away. Hush. I said back away, God damn it. Hush. So, you're going. I'm warning you. Stay back. Don't do anything stupid. Shut up. Take it easy. Get over here. Come close here and I'll shoot him. Fuck. Piece of shit door. Open. Dummy. Dummy. Du darfst jetzt ganz entspannt raus, oder was? Was ist hier mit diesem E? Good evening, ma'am. Good evening, officer. We have two fugitives at large in the hospital right now. I know, I know. My colleague just called me. I think it's these two guys in the paper. Yes. You see them at all? No. Are they dangerous in any way? If you see them, you make sure you stay safe. Stay away and call for any of us, okay? Will do. Let me know if there's anything else I can do to help. Sure. We'll be patrolling this way for now, so we'll be close by. If you see or hear anything suspicious at all, you'll just know, okay? Of course, officer. Thank you. Stay safe, ma'am. Was ist denn mit diesem E? Weiß ich nicht. Siehst du das auch? Ja. Ich drück die ganze Zeit E, weil ich denk, das bin auch ich oder so. Wie schnell du rennst! Hehehe. Nein. To hell with it. I'll jump out of the window. Ow man. That's was not bad. Check out the door. Are you shitting me? Come on. Just give a moment. Freeze! Fuck. Surrender. Freeze! Shit! Stop. You're on the arrest. Come on. Let's go. Oh nein Ich fahr die so weg da Fährst du? Klatsch Wie schockiert alle sind Tja Schrauben 1 1 2 1 Eki, ich muss ungefähr gleich weg. Weiß ich, steht schon im Chat. Das war aber auch ganz witzig, wenn man so fliehen muss aus irgendeinem Gebäude, das ist am coolsten irgendwie. Und gute Kameraführung, das muss man mal sagen. Kameraführung? Ja. Warum lachst du mich schon wieder aus? Wie ist die Kameraführung? Das ist eine dumme Sau. So, du bist ein Freund, ich glaube? Ja. Ich höre, du bist ein guter Pilot. Well, ich weiß nicht, aber danke. Okay. Emily, das ist das Ding fliehen? Was, es sieht aus wie eine fucking Bicke? Natürlich fliehen. Wo sind wir? Mexiko. Mexiko? Du musst mich schuldigen, das ist zu weit. Ich bin nicht fliehen in Mexiko. Emily, du weißt, dass ich dich immer gut paye. If you want to go to Mexico, you're going to have to pay me way more than good. We'll pay you double. Just take us there. Double, huh? You good for that, Vince? Yeah, yeah. Und kneif mal die Arschpacken zusammen. What do you think? Mexico. Das war schnell. Oh, André hat geschrieben, los geht's. You gotta believe me. I'm telling you the truth. I would never say anything. I would never do that. You know that. And I didn't say anything. They tried to get me to say something, but I didn't. Because I saw what I do. You know that. You know, you've got to trust me, Harvey. I promise. Please, please. Let him go. Is so, ne? André ist zufrieden mit uns, Eki. Community wurde gut unterhalten, sagt er. Shit. Und er ist tot. Ray. Ray Garvey ist tot. Ich muss dich jetzt verlassen. Kann nicht Escape drücken, ne? Naja, warten wir kurz. Das ist okay. André ist aber jetzt noch auf Klo. Mal gucken. Hier, Vincent. Mit dem Pfeilschirm. Oh, shit. All right, all right. I mean, how hard can it be, right? Don't worry. You'll figure it out. On your way down. Don't worry. Be happy. Ha! I'll show you the basics before we jump. Yeah, you're better. Are you being cocky now? What? No, whatever. Just show me the basics. I got this. Good. Emily, I'll handle the fuel. All right. Sorry, that's just, it's, it's, it's coming with us. Just get it on the plane, okay? Got it. Wofür haben wir eigentlich die Knarre gekauft? Guys, can you please find my logbook? Okay, Erki, ich hau ab. Alles klar. Gut. Es war mir eine Freude, mit dir zu sparen. Okay, danke, Community. Ich werde den Stream hier beenden. Vielleicht mache ich gleich noch eine Runde. Tschüss, Party People. Es war mir eine Ehre, für euch zu spielen. Ich werde immer für euch da sein. Ciao. Vielleicht gibt es gleich noch eine Runde Cyberpunk von mir. Aber dann komme ich nochmal online. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.